Lektion 1. Wolken und Flugreisen Hey Anna, wusstest du, dass du die Wolken aus der Nähe sehen kannst, wenn du in einem Flugzeug bist? Wirklich? Das muss unglaublich sein. Ich wollte schon immer in einem Flugzeug fliegen und die Wolken von oben sehen. Es ist wirklich atemberaubend. Die Wolken sehen aus wie flauschige, weiße Berge am Himmel. Ich kann es kaum erwarten, das selbst zu erleben. Fliegen muss so ein aufregendes Abenteuer sein. Ist es. Sie können die Welt unter ihnen beobachten, wie das Flugzeug durch die Luft fliegt. Ich wette, die Aussicht von dort oben ist atemberaubend. Ich kann mir nur vorstellen, wie friedlich es sich anfühlen muss, von Wolken umgeben zu sein. Absolut. Es ist wie in deiner eigenen kleinen Welt zu sein, hoch über allem anderen. Ich freue mich immer mehr auf meine erste Flugreise. Es klingt nach einer so magischen Erfahrung. Ist es. Und weißt du, das Beste daran ist das Gefühl von Start und Landung. Es ist so eilig. Lektion 2. Beharrlichkeit beim Sprachenlernen Hey Anna, mir ist aufgefallen, dass du wirklich hart an deinem Englisch gearbeitet hast. Ja, ich versuche mein Bestes, um mich zu verbessern. Es ist nicht immer einfach, aber ich gebe nicht auf. Das ist großartig. Konsequentes Üben ist der Schlüssel, um in einer neuen Sprache besser zu werden. Ich weiß, aber manchmal bin ich frustriert, wenn ich mich nicht so gut ausdrücken kann, wie ich möchte. Keine Sorge. Das ist völlig normal. Das Erlernen einer Sprache erfordert Zeit und Geduld. Du hast recht. Als Anfänger muss ich einfach regelmäßig weiter üben und mich nicht entmutigen lassen. Genau. Je mehr du dich der Sprache aussetzt, desto natürlicher wird sie. Das ist beruhigend zu hören. Ich werde weiter üben, auch wenn es sich schwierig anfühlt. Das ist der Geist. Ich bin mir sicher, dass du im Handumdrehen fließend sprechen wirst, wenn du engagiert bleibst. Lektion 3. Das Wachstum von Nike Hey Anna, wusstest du, dass Nike als kleines Unternehmen angefangen hat? Wirklich? Ich dachte von Anfang an, Nike sei eine riesige, etablierte Marke. Ganz und gar nicht. Tatsächlich begann es damit, dass nur ein paar Leute Schuhe von der Rückseite eines Autos aus verkauften. Wow, das ist unglaublich. Wie hat es es geschafft, so ein globales Machtzentrum zu werden? Nun, durch ihre harte Arbeit und ihre innovativen Ideen wuchs Nike im Laufe der Zeit. Ich verstehe. Ich schätze, sie müssen mit ihren Produkten und ihrem Marketing wirklich einen Nerv getroffen haben. Definitiv. Ihr einfacher, aber einprägsamer Slogan Just Do It wurde zum Markenzeichen des Unternehmens. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich ein kleines Unternehmen zu etwas so Prominentem entwickeln kann. Absolut. Es zeigt nur, dass mit Hingabe und Kreativität alles möglich ist. Lektion 4. Schneller Kundenservice Hey Anna, hattest du schon einmal ein Problem mit dem Kundenservice? Ja, leider. Es kann ziemlich frustrierend sein, wenn die Dinge nicht reibungslos laufen. Ich stimme zu. Aber ich denke, der Schlüssel liegt darin, das Problem schnell und professionell anzugehen. Das ist ein gutes Argument. Die schnelle Lösung von Problemen ist wichtig für die Kundenzufriedenheit. Exakt. Je schneller sie eine Lösung finden, desto besser wird das Gesamterlebnis sein. Definitiv. Niemand möchte warten und sich fragen, wann sein Problem behoben ist. Richtig. Und höflich und verständnisvoll zu sein, kann in diesen Situationen viel bewirken. Absolut. Ein wenig Empathie und Mühe können für den Kunden den Unterschied ausmachen. Definitiv. Es geht darum, einen großartigen Service zu bieten und sicherzustellen, dass sich der Kunde gehört fühlt. Lektion 5. Gesellschaftliche Einstellungen und Sexualität Hey Anna, ist dir aufgefallen, wie sich die gesellschaftliche Einstellung zur Sexualität im Laufe der Zeit entwickelt hat? Ja, es war sehr interessant, die Veränderungen zu beobachten, insbesondere in konservativeren Gesellschaften. Definitiv. Viele westliche Länder hatten früher viel restriktivere Ansichten zu diesem Thema. Das ist wahr. Aber ich freue mich über mehr Offenheit und Akzeptanz in den letzten Jahrzehnten. Ich auch. Es ist wichtig, dass sich die Menschen wohl fühlen, wenn sie so sind, wie sie sind. Absolut. Jeder verdient es, seine Sexualität frei und ohne Urteil ausdrücken zu können. Exakt. Fortschritte können langsam sein, aber es ist ermutigend zu sehen, dass progressivere Einstellungen entstehen. Ich stimme zu. Es ist ein komplexes Thema, aber eines, das für die Förderung von Gleichheit und Menschenrechten von entscheidender Bedeutung ist. Definitiv. Wir haben noch viel zu tun, aber die Richtung scheint sich positiv zu entwickeln. Lektion 6. Die Freuden des Frühlings Hey Anna, ist es nicht einfach wunderbar, jetzt, wo der Schnee geschmolzen ist und der Regen aufgehört hat? Die Sonne scheint so hell. Ich weiß, John. Ich liebe diese Jahreszeit. Die Blumen blühen, die Vögel singen und es ist einfach so erfrischend. Absolut. Es ist etwas Besonderes, wenn die Welt nach dem langen Winter wieder zum Leben erwacht. Definitiv. Ich kann es kaum erwarten, mehr Zeit im Freien zu verbringen und spazieren zu gehen. Ich auch. Die frische Luft und das Grün sind ein echter Stimmungsaufheller. Einverstanden. Und die längeren Tageslichtstunden sind so schön. Es fühlt sich an, als hätten wir mehr Zeit, um den Tag zu genießen. Ganz gewiss. Ich freue mich auf Grillabende und Picknicks im Park. Oh ja, das klingt perfekt. Durch das wärmere Wetter fühlt sich einfach alles lebendiger an und macht mehr Spaß. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Der Frühling ist wirklich eine wunderschöne Jahreszeit. Lektion 7 Geschäftspläne Hey Anna, ich habe gehört, dass du an einer neuen Geschäftsidee arbeitest. Hey, wie läuft das? Oh, es läuft gut. Ich freue mich wirklich darauf. Ich arbeite nur ein paar Details im Geschäftsplan aus. Das ist großartig. Wie lang wird der ursprüngliche Plan sein? Ich denke nur an drei Abende von Montag bis Donnerstag für die erste Phase. Ah ok. Schön und kompakt für den Anfang. Und wie viele Gäste erwarten Sie? Ich hoffe auf eine große Beteiligung, vielleicht um die 20 bis 25 Gäste bei der ersten Veranstaltung. Toll, das klingt nach einem soliden Plan. Ich bin mir sicher, dass es ein großer Erfolg wird. Ich hoffe es. Es gibt noch viel herauszufinden, aber ich fühle mich gut dabei. Nun, ich helfe gerne auf jede erdenkliche Weise. Lass mich einfach wissen, was du brauchst. Lektion 8 Die Zukunft der Arbeit Hey Anna, hast du das ganze Gerede über die Zukunft der Arbeit verfolgt? Ja, das ist ein wirklich interessantes Thema. Immer mehr Unternehmen setzen auf Telearbeit, was das gesamte Arbeitsumfeld verändert. Absolut. Die Grenzen zwischen Zuhause und Büro verschwimmen langsam. Definitiv. Es schafft sowohl Herausforderungen als auch Chancen. Haben Sie sich schon für eine Geschäftsidee entschieden? Noch nicht ganz, aber ich komme näher. Ich versuche, mir etwas auszudenken, das die sich entwickelnde Arbeitslandschaft nutzt. Das ist klug. Die Pandemie hat viele dieser Veränderungen wirklich beschleunigt. Absolut. Ich denke, es ist wichtig, der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein. Definitiv. Es eröffnen sich so viele neue Möglichkeiten. Ganz gewiss. Es ist eine aufregende Zeit, auch wenn es sich etwas unsicher anfühlen kann. Lektion 9 Der Wert von Sport Hey Anna, hast du die neuesten Nachrichten über die Gehaltsdebatte für Sportler erhalten? Ja, es war ein heißes Thema. Kritiker argumentieren, dass Sportler überbezahlt werden, aber andere sagen, dass sie eine wichtige Dienstleistung erbringen. Exakt. Es gibt gute Punkte auf beiden Seiten. Es ist ein komplexes Thema. Ganz gewiss. Ich verstehe die Perspektive, dass Sportler Vollzeit arbeiten und eine Schlüsselrolle spielen. Absolut. Ihr Training und ihre Leistung sind für das Land von großem Wert. Definitiv. Und die Unterstützung der Regierung, die sie erhalten, ist eine Investition in Nationalstolz und Einheit. Absolut. Sport bringt Menschen auf einzigartige Weise zusammen. Definitiv. Es ist kein leicht zu lösendes Problem, aber es ist wichtig, es zu besprechen. Ich stimme zu. Es gibt keine einfachen Antworten, aber es ist gut, sie aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Lektion 10 Verhandlungsstrategien Hey Anna, ich habe gehört, dass du an einer wichtigen Verhandlung gearbeitet hast. Hey, wie läuft das? Es läuft gut, aber es gibt definitiv einige knifflige Punkte, die wir zu lösen versuchen. Ich verstehe. Auf was sind einige der wichtigsten Themen, auf die Sie sich konzentrieren? Nun, wir haben uns auf den Gesamtrahmen geeinigt, aber die Einzelheiten rund um die Grundregeln werden noch ausgearbeitet. Ich verstehe. Das können einige der schwierigeren Teile sein, die es zu fixieren gilt. Absolut. Wir wollen sicherstellen, dass wir eine solide Grundlage haben, bevor wir weitermachen. Das macht Sinn. Mit welcher Art von Zeitplan arbeitest du? Wir hoffen, dass die wichtigsten Bedingungen, wenn möglich, in den nächsten Wochen geklärt werden. Okay, das ist ein vernünftiger Zeitplan. Lektion 11. Die Mühe des Kochens Hey Anna, ich habe es wirklich satt, jeden Abend zu entscheiden, was ich kochen soll. Es ist so ein Aufwand. Ich weiß, was du meinst, John. Mahlzeiten herauszufinden kann eine echte Herausforderung sein. Genau. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten, und es ist schwer, sich jeden Tag etwas Neues und Interessantes auszudenken. HMM, hast du versucht, Mahlzeiten zu planen? Das könnte helfen, den Stress etwas abzubauen. Essensplanung? Wie funktioniert das? Nun, Sie können Ihre Mahlzeiten für die Woche im Wohaus planen. Auf diese Weise müssen Sie nicht jeden Abend darüber nachdenken. Das klingt nach einer guten Idee. Irgendwelche Tipps für den Einstieg in die Essensplanung? Sicher. Erstellen Sie zunächst eine Liste der Lieblingsgerichte Ihrer Familie. Schauen Sie sich dann Ihren Zeitplan für die Woche an und planen Sie entsprechend. Bereiten Sie einige leicht aufzuwärmende Mahlzeiten für geschäftige Nächte zu. Ah, das macht Sinn. Das muss ich mal versuchen. Danke für den Rat. Es ist wirklich hilfreich. Lektion 12. Ein ungezwungenes Treffen Hey Anna, hast du von der Party an diesem Wochenende gehört? Es ist ein ungezwungenes Treffen, um sich mit Freunden zu treffen. Oh, das klingt wunderbar. Was ist der Anlass? Kein besonderer Anlass, nur eine Gelegenheit, sich zu treffen und die Gesellschaft des Anderen zu genießen. Das ist nett. Ich könnte einen unterhaltsamen, zurückhaltenden Abend gebrauchen. Was sollte ich mitbringen? Nichts besonders Ausgefallenes, nur du selbst. Wir halten es einfach, vielleicht ein paar leichte Snacks und Getränke. Klingt perfekt. Ich freue mich darauf. Wer kommt noch? Ein paar gemeinsame Freunde, nichts allzu Großes. Nur ein entspanntes Beisammensein. Toll, ich kann es kaum erwarten. Es wird schön sein, alle in einer ungezwungenen Umgebung zu sehen. Definitiv. Es wird eine schöne Pause vom Trubel sein. Lektion 13. Tipps zur Portionskontrolle Hey Anna, hast du in letzter Zeit an Portionskontrolle gearbeitet? Ich habe versucht, dem mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Ja, darauf habe ich mich auch konzentriert. Ein Trick, der für mich funktioniert hat, ist Oh, wirklich? Was ist der Trick? Nun, ich fing an, kleinere Teller und Schalen zu verwenden. Es bringt mein Gehirn dazu, sich mit weniger Essen zufriedener zu fühlen. HMM, das ist eine gute Idee. Das werde ich versuchen müssen. Irgendwelche anderen Tipps? Definitiv. Es hilft auch, den ganzen Tag über mehr Wasser zu trinken. Dadurch fühle ich mich voller. Ah ja, Flüssigkeitszufuhr ist der Schlüssel. Ich habe auch festgestellt, dass ich mich zufriedener fühle, wenn ich langsamer esse. Absolut, das ist ein weiterer Großartiger. Es gibt Ihrem Körper Zeit, sich zu registrieren, wenn Sie satt sind. Exakt. Portionskontrolle kann schwierig sein, aber diese kleinen Änderungen machen einen großen Unterschied. Lektion 14, Kunstverständnis Hey Anna, ich wollte fragen, was ist dein Lieblingsmalstil? Das ist eine interessante Frage. Ich muss sagen, ich fühle mich wirklich zur impressionistischen Kunst hingezogen. Ah ja, die kräftigen Pinselstriche und lebendigen Farben der Impressionisten sind ziemlich faszinierend. Definitiv. Ich finde es toll, wie Sie die Essenz einer Szene auf so einzigartige Weise einfangen. Ich stimme zu. Haben Sie einen Lieblingskünstler oder ein Gemälde des Impressionismus? HMM, das ist eine schwierige Wahl, aber ich muss sagen, Moniz Seerosen ist einer meiner Favoriten. Oh, das ist eine hervorragende Wahl. Die Art und Weise, wie er das Licht und die Bewegung darstellt, ist einfach faszinierend. Absolut. Und sein Umgang mit Farben ist einfach umwerfend. Was ist mit dir? Irgendwelche künstlerischen Lieblingsstile? Surrealismus hat mich schon immer fasziniert. Die traumhafte Qualität und die unerwarteten Gegenüberstellungen sprechen mich wirklich an. Lektion 15, Unachtsamer Unfall Guten Morgen, Anna. Ich habe eine lustige Geschichte von meinem Campingausflug am letzten Wochenende zu erzählen. Oh, erzähl es. Ich bin ganz ohr. Nun, weißt du, normalerweise bin ich mir meiner Umgebung ziemlich bewusst. Aber dieses Mal war ich mir dessen überhaupt nicht bewusst. Also machte ich Frühstück und wusste nicht, dass ein Stinktier in der Nähe war. Ich glaube, ich bin etwas zu nahe gekommen, weil es mich plötzlich besprüht hat. Oh nein! Das muss furchtbar gewesen sein. Was hast du getan? Ich hatte zuerst keine Ahnung, was vor sich ging. Ich stand einfach da, völlig ahnungslos, bis mich der Gestank überkam. Ich kann mir deine Reaktion nur vorstellen. Wie hast du den Geruch wegbekommen? Ich musste mehrmals mit kaltem Wasser duschen und Tomatensaft verwenden. Es dauerte Tage, bis der Geruch vollständig beseitigt war. Lektion 16 Reisepläne Morgen. Hast du dich schon für unsere Reisepläne für das Wochenende entschieden? Guten Morgen, John. Hab darüber nachgedacht. Wie wäre es, wenn wir nach London fahren? Ich habe gehört, dass es eine lebendige Stadt ist, in der es viel zu sehen und zu tun gibt. Das klingt großartig, aber glauben Sie, dass es unser Budget etwas knapp belasten könnte? Die Lebenshaltungskosten dort können ziemlich hoch sein. HMM, du bringst ein gutes Argument vor. Wir müssen auf unsere Ausgaben achten. Was ist, wenn wir uns einige günstigere Viertel ansehen oder vielleicht sogar einen Tagesausflug außerhalb der Stadt unternehmen? Ah, gute Überlegung. Wir könnten einige kleinere Städte in der Nähe erkunden. Das könnte eine günstigere Option sein. Genau. Ich werde anfangen, nach einigen malerischen Dörfern oder ländlichen Orten zu suchen, die wir besuchen könnten. Auf diese Weise können wir immer noch den englischen Charme erleben, ohne das Budget zu sprengen. Wunderbar. Ich bin sicher, wir können einen Weg finden, damit es funktioniert. Lassen Sie mich wissen, was Sie sich ausgedacht haben, und wir können die Pläne finaliieren. Wird reichen. Ich freue mich darauf, diese Reise mit dir zu planen. Ich denke, es wird ein großartiger Wochenendausflug. Ich auch. Ich freue mich darauf. In Ordnung. Ich lasse Sie an der Reiseroute arbeiten. Bis bald. Lektion 17. Positiv bleiben Oh, John, es war eine kleine Achterbahnfahrt, um ehrlich zu sein. Ich hatte ein paar Absagen, aber ich versuche, positiv zu bleiben. Es tut mir leid, das zu hören. Die Jobsuche kann wirklich schwierig sein, aber seien Sie einfach geduldig und folgen Sie den Anweisungen. Du wirst das reibungslos überstehen. Du hast recht. Ich weiß, dass ich mein Kinn hochhalten muss. Es ist einfach frustrierend, wenn die Dinge nicht so laufen, wie du es dir erhofft hast. Ich verstehe. Aber lass dich nicht entmutigen. Das ist alles Teil des Prozesses. Konzentrieren Sie sich einfach auf die nächste Gelegenheit und geben Sie Ihr Bestes. Danke, John. Danke, dass du mich daran erinnerst, positiv zu bleiben. Ich werde das berücksichtigen, wenn ich meine Suche fortsetze. Exakt. Du schaffst das. Und denk dran, ich bin hier, wenn du ein aufmunterndes Gespräch brauchst oder einfach jemanden, dem du Luft machen kannst. Ich bin wirklich dankbar für deine Unterstützung. Es bedeutet mir viel, einen Freund wie dich in meiner Ecke zu haben. Jederzeit. Dafür sind Freunde da. Lass uns jetzt zu Mittagessen und du kannst mir mehr über die letzte Spur erzählen, die du verfolgst. Lektion 18, Work-Life-Balance Hallo. Wie haben Sie in letzter Zeit Ihr Arbeitspensum bewältigt? Ehrlich gesagt, John, es war ein bisschen schwierig. Ich habe das Gefühl, dass ich ständig Aufholjagd spiele. Es tut mir leid, das zu hören. Es ist heutzutage so leicht, überwältigt zu werden. Haben Sie versucht, Grenzen zu setzen? Weißt du, das habe ich. Ich habe angefangen, Grenzen zu setzen und meine Aufgaben zu priorisieren. Es hilft, aber es ist immer noch in Arbeit. Es ist toll, dass du diese Schritte unternimmst. Bleib einfach dran. Die Work-Life-Balance zu finden, kann schwierig sein, aber sie ist so wichtig. Definitiv. Ich habe versucht, bewusster Pausen einzulegen und mich nicht zu sehr zu verpflichten. Das ist ein kluger Ansatz. Es ist leicht, ausgebrannt zu werden, wenn sie sich keine Zeit für sich selbst nehmen. Exakt. Und ich habe einen Unterschied in meiner Produktivität und meinem allgemeinen Wohlbefinden festgestellt, wenn ich meine Zeit und Energie besser einteilen kann. Ich freue mich, das zu hören. Es geht darum herauszufinden, was für Sie und Ihren Lebensstil am besten geeignet ist. Lektion 19. Das Wichtigste beim Campen Hey Anna, hast du Pläne für einen Camping-Ausflug an diesem Wochenende? Hallo John. Ja, ich habe vor, Campen zu gehen. Ich möchte sicherstellen, dass ich alles Nötige habe. Das ist großartig. Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Dinge, die du für einen Camping-Ausflug einpacken solltest? Ich würde sagen, ein stabiles Zelt, ein warmer Schlafsack und ein tragbarer Kochherd haben oberste Priorität. Absolut, das sind alles Mustaves. Hast du sonst noch etwas vor, das du mitbringen willst? Ich werde auch ein paar Wanderschuhe, ein Erste-Hilfe-Set und eine Taschenlampe oder Stirnlampe einpacken. Exzellente Entscheidungen Die richtige Ausrüstung kann wirklich über Erfolg oder Misserfolg eines Camping-Ausflugs entscheiden. Definitiv. Ich möchte gut vorbereitet sein, damit ich mich einfach entspannen und die Natur genießen kann. Das ist ein kluger Ansatz. Ich bin sicher, Sie werden dieses Wochenende eine wundervolle Zeit beim Campen haben. Lektion 20 Neue Perspektiven erkunden Hey, ich wollte dich nach etwas fragen. Haben Sie von den jüngsten Entwicklungen im Golf von Mexiko gehört? Nein, habe ich nicht. Was ist passiert? Nun, offenbar hat sich die Sichtweise auf die Region verändert. Traditionell wurde der Fluss als natürliche Grenze zwischen der Ost- und Westseite betrachtet. Interessant. Das wusste ich nicht. Was ist die neue Perspektive dazu? Nach allem, was ich gelesen habe, wächst die Erkenntnis, dass der Golf tatsächlich eine gemeinsame Ressource und ein Ökosystem ist, das die verschiedenen Staaten und Länder um ihn herum verbindet. Das ist eine wirklich interessante Sichtweise. Ich kann mir vorstellen, dass das die Art und Weise, wie wir Umwelt- und Wirtschaftsfragen in der Region angehen, verändern könnte. Exakt. Es fördert einen kooperativeren und ganzheitlicheren Ansatz, anstatt sich nur auf einzelne Seiten oder Jurisdiktionen zu konzentrieren. Das macht sehr viel Sinn. Es ist immer gut, unsere Annahmen in Frage zu stellen und zu versuchen, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Absolut. Ich finde es faszinierend, wie sich unsere Perspektiven im Laufe der Zeit entwickeln können, wenn wir neue Informationen und Erkenntnisse gewinnen. Lektion 21 – Ein Raum für alle Hallo Anna, wir müssen die Raumsituation für die Party an diesem Wochenende klären. Wie viele Gäste erwartest du? Nun, John, ich erwarte etwa 10 Gäste. Es ist wichtig, dass wir das richtige Zimmer wählen, um alle bequem unterzubringen. 10 Gäste, verstanden. Mal sehen, unser Wohnzimmer bietet Platz für 6 bis 8 Personen und das Esszimmer bietet Platz für bis zu 10 Personen. Was denkst du würde am besten funktionieren? Das Esszimmer klingt perfekt. Es gibt uns genug Platz, damit alle sitzen und uns unterhalten können. Außerdem können wir eine schöne Auswahl an Speisen und Getränken zusammenstellen. Hervorragend, das Esszimmer ist es dann. Ich werde dafür sorgen, es aufzuräumen und ein paar zusätzliche Stühle reinzubringen. Wunderbar, John. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du mir bei der Planung hilfst. Das wird eine tolle Party. Gar kein Problem. Ich helfe gerne dabei, sicherzustellen, dass alles richtig eingerichtet ist. Lassen Sie mich wissen, ob ich noch etwas tun kann. Werde ich tun, John. Ich werde sie über die endgültige Anzahl der Gäste auf dem Laufenden halten, wenn das Datum näher rückt. Hört sich gut an. Ich freue mich drauf. Lektion 22 Lebensmittel einkaufen Hey Anna, ich gehe einkaufen. Möchtest du zu mir kommen? Gute Idee, John. Ich muss auch etwas zu essen für die Woche kaufen. Lass uns zusammen gehen. Großartig! Hast du eine Liste mit dem, was du brauchst? Ja, das tue ich. Ich muss frische Produkte wie Obst und Gemüse abholen. Und ich brauche auch etwas Protein, wie Hühnchen oder Fisch. Fantastisch! Mir gehen die Grundnahrungsmittel wie Brot, Eier und Milch aus. Sorgen wir dafür, dass wir alles bekommen, was wir brauchen. Hört sich gut an. Ich möchte auch ein paar Snacks abholen, vielleicht ein paar Chips oder Kekse. Was ist mit dir? Ich dachte daran, mir etwas Eis zu holen. Es war eine heiße Woche und ich könnte einen kühlen Leckerbissen gebrauchen. Oh, Eiscreme klingt perfekt. Stellen wir sicher, dass wir das Nötigste nicht vergessen, wie Toilettenpapier und Waschmittel. Guter Punkt. Gut, lass uns in den Laden gehen und diesen Einkaufsbummel beginnen. Lektion 23, Farben und Texturen Hey Anna, mir ist aufgefallen, dass du heute einen wirklich schönen Pullover trägst. Ich liebe die weiche, kuschelige Textur. Danke, John. Eigentlich mag ich diesen Pullover sehr. Die Farbe ist ein wunderschöner Blauton und das Material ist so bequem. Definitiv. Ich achte beim Einkaufen immer auf Farben und Texturen. Es macht einen großen Unterschied darin, wie ein Artikel aussieht und sich anfühlt. Ich stimme vollkommen zu. Die Textur ist so wichtig, egal ob es sich um die Geschmeidigkeit eines Seidentuchs oder die Robustheit einer Lederjacke handelt. Genau. Und verschiedene Farben können unterschiedliche Stimmungen und Emotionen hervorrufen. Zum Beispiel kann ein helles, sonniges Gelb ihre Stimmung wirklich heben. Das ist ein gutes Argument. Ich versuche, eine Vielzahl von Farben und Texturen in meiner Garderobe zu integrieren, um die Dinge interessant zu halten. Das ist ein kluger Ansatz. Haben Sie bevorzugte Farb- oder Texturkombinationen, die Sie wirklich mögen? HMM. Ich fühle mich besonders zu satten, erdigen Tönen wie tiefem Grün und Braun hingezogen. Sie fühlen sich für mich einfach so warm und geerdet an. Oh, das sehe ich. Diese Farben würden wunderschön aussehen, gepaart mit etwas Strukturehrem, wie einem Grobstrick. Hallo Anna. Erinnerst du dich an deine Telefonnummer? Hallo John. Ja, es ist leicht zu merken. Wie steht's mit deiner? Meine Telefonnummer ist 123456789O. Das ist eine einträgsame Zahlenfolge. Meins ist anders. Telefonnummern spielen in unserem täglichen Leben eine wichtige Rolle. Sie sind unerlässlich, um zu kommunizieren und in Verbindung zu bleiben. Absolut. Wir verlassen uns darauf, dass sie sich gegenseitig erreichen. Es ist wichtig, dass auch unsere Telefonnummern sicher sind. Ja, Datenschutz ist im digitalen Zeitalter, in dem wir leben, von entscheidender Bedeutung. Lektion 25. Den Winter überleben Hey Anna, hast du von den Siedlern gehört, die beschlossen haben, den Winter über auf dem Schiff zu bleiben? Ja, habe ich. Es war eine riskante Entscheidung, aber es scheint, dass ungefähr die Hälfte von ihnen es geschafft hat, bis zum Frühling zu überleben. Das ist unglaublich. Ich kann mir nicht vorstellen, wie schwierig es gewesen sein muss, besonders bei den harten Winterbedingungen. Ich weiß, es ist ziemlich bemerkenswert. Sie müssen extrem einfallsreich und widerstandsfähig sein müssen, um durchzukommen. Absolut. Angesichts der Umstände war es wahrscheinlich ihre beste Überlebenschance, auf dem Schiff zu bleiben. Definitiv. Die Alternative, mitten im Winter durch die Wildnis zu kommen, wäre noch gefährlicher gewesen. Guter Punkt. Zumindest auf dem Schiff hatten sie etwas Schutz und Zugang zu allen verbleibenden Vorräten. Exakt. Und sie konnten warten, bis sich das Wetter besserte und sie ihre Reise fortsetzen konnten. Ja, es ist ein Beweis für ihre Entschlossenheit und Fähigkeiten zur Problemlösung. Ich kann mir nicht vorstellen, wie schwierig das gewesen sein muss. Lektion 26. Das maßgeschneiderte Armband. Das ist großartig, John. Was hattest du im Sinn? Ich denke, ein maßgeschneidertes Armband wäre eine wunderbare Idee. Ein maßgeschneidertes Armband? Das ist ein fantastischer Vorschlag. Was denkst du wäre ein gutes Design für sie? HMM. Lass mich nachdenken. Vielleicht könnten wir ihre Initialen darauf gravieren oder ihren Geburtsstein hinzufügen. Etwas Personalisiertes würde es zu etwas ganz Besonderem machen. Das ist eine tolle Idee. Ich denke, sie würde die persönliche Note sehr schätzen. Kennen sie gute Orte, um ein maßgeschneidertes Armband anfertigen zu lassen? In der Innenstadt gibt es ein schönes Juweliergeschäft, das Maßarbeit macht. Sie haben eine große Auswahl an Materialien und Designs zur Auswahl. Wunderbar. Ich muss es mir ansehen. Danke für die Empfehlung. Ich denke, sie wird ein maßgeschneidertes Armband lieben. Ich bin sicher, das wird sie, John. Das ist so ein wohlüberlegtes Geschenk. Lass mich wissen, wie es ausgeht. Ich würde gerne das endgültige Design sehen. Absolut. Ich werde es dir auf jeden Fall zeigen, sobald ich es abgeholt habe. Du warst eine große Hilfe bei der Entwicklung dieser Idee. Lektion 27 Sicherheit geht vor Hey Anna, ich wollte mit dir über einige neue Sicherheitsregeln sprechen, die wir bei der Arbeit eingeführt haben. Oh, das ist gut zu wissen. Welche Sicherheitsregeln führen sie ein? Nun, sie konzentrieren sich hauptsächlich auf persönliche Schutzausrüstung und angemessene Verfahren für den Umgang mit Gefahrstoffen. Das klingt nach wirklich wichtigem Zeug. Welche Art von persönlicher Schutzausrüstung benötigen sie jetzt? Schutzhelme, Schutzbrillen und Stiefel mit Stahlkappen sind in allen Produktionsbereichen Pflicht. Und wir müssen an Schulungen zur Bekämpfung von Chemikalienunfällen teilnehmen. Das scheinen vernünftige Regeln zu sein. Sicherheit sollte immer oberste Priorität haben, insbesondere an einem Arbeitsplatz wie unserem. Absolut. Sie betonen auch, wie wichtig es ist, alle unsicheren Bedingungen oder Beinaheunfälle zu melden. Das ist ein ausgezeichneter Rat. Ich werde auf jeden Fall nach allem Ausschau halten, was ein Risiko darstellen könnte, und jemanden informieren. Toll, ich freue mich, dass du an Bord bist. Das Befolgen der Regeln ist der beste Weg, um uns und unsere Mitarbeiter zu schützen. Entschuldigung, ich wollte ein Problem besprechen, das wir mit unserem Hotelzimmer hatten. Ach, was scheint das Problem zu sein? Nun, als wir eincheckten, stellten wir fest, dass ein paar Annehmlichkeiten im Zimmer fehlten. Ich verstehe. Das ist sicherlich nicht der Standard, den wir erwarten. Was hat gefehlt? Es gab keinen Mini-Kühlschrank und die Kaffeemaschine funktionierte nicht richtig. Das ist wirklich unpraktisch. Ich kann deine Frustration über diese fehlenden Gegenstände verstehen. Exakt. Wir haben es zur Rezeption gebracht und sie sagten, sie würden jemanden schicken, der sich darum kümmert. Ich freue mich, dass Sie an der Lösung des Problems arbeiten. Haben Sie eine Entschädigung oder alternative Vereinbarungen angeboten? Ja, Sie entschuldigten sich für die Unannehmlichkeiten und Boten an, uns in ein anderes Zimmer zu verlegen. Lektion 29 – Ein lohnendes Gefühl Hallo Anna! An welcher Art von freiwilligen Arbeit warst du beteiligt? Ich habe im örtlichen Tierheim geholfen. Es war wunderbar zu sehen, wie die geretteten Tiere ein liebevolles Zuhause gefunden haben. Das klingt unglaublich. Ich kann mir vorstellen, dass es so erfüllend sein muss, an diesem Prozess teilzunehmen. Das kann ich mir nur vorstellen. Tieren in Not zu helfen ist eine so edle Sache. Ich bewundere dein Engagement. Es war unglaublich bereichernd und ich bin so froh, dass ich dort angefangen habe, freiwillig zu arbeiten. Ich bin sicher, dass Tierheim weiß all die Zeit und Mühe, die sie investiert haben, wirklich zu schätzen. Das macht einen großen Unterschied. Das tut es und das ist es, was mich am Laufen hält. Zu wissen, dass ich einen positiven Einfluss ausübe, ist so bedeutsam. Das ist wunderbar. Es ist toll zu sehen, dass du so leidenschaftlich daran interessiert bist, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben. Lektion 30 Flughafentransfer Hey Anna, ich wollte erwähnen, dass ich einen Shuttle-Service für unseren Flughafentransfer gebucht habe. Hervorragend, John. Das wird die Anreise zum Flughafen so viel einfacher machen. Definitiv. Ich habe mich für ein seriöses Unternehmen entschieden, das sehr zu empfehlen ist. Das ist großartig. Ich hasse die Mühe, einen Transport zum Flughafen zu finden. Ich auch. Auf diese Weise müssen wir uns keine Sorgen um den Verkehr oder das Parken machen. Exakt. Und Sie sagten, es ist ein zuverlässiges Unternehmen, also bin ich mir sicher, dass der Service erstklassig sein wird. Absolut. Sie haben tolle Bewertungen und eine flotte moderner, gut gewarteter Fahrzeuge. Perfekt. Das beruhigt mich. Ich bin froh, dass wir uns nicht mit dem üblichen Flughafenstress auseinandersetzen müssen. Das gleiche hier. Dies wird den Beginn unserer Reise viel reibungsloser und angenehmer machen. Lektion 31. Aberglaube Hey Anna, hast du gehört, dass gestern Freitag, der 13. war? Manche Leute denken, das ist ein Unglückstag. Wirklich? Ich glaube nicht an solchen Aberglauben. Ich glaube, es ist nur ein dummer Mythos. Nun, viele Leute nehmen es ernst. Sie vermeiden es, an diesem Tag bestimmte Dinge zu tun. Wie was? Was für Dinge vermeiden sie? Oh, weißt du, zerbrechende Spiegel, laufen unter Leitern hindurch, schwarze Katzen kreuzen ihren Weg. All diese Art von Sachen. Das ist so seltsam. Ich kann mir nicht vorstellen, meine Pläne aufgrund eines Termins im Kalender tatsächlich zu ändern. Ja, ich auch nicht. Aber manche Leute machen sich wirklich Sorgen darüber. Sie glauben, dass Pech passieren wird, wenn sie diesem Aberglauben nicht folgen. Nun, ich bin froh, dass ich nicht zu diesen Leuten gehöre. Ich lebe lieber mein Leben, ohne mir Gedanken über erfundenes Pech zu machen. Ich auch. Es macht viel mehr Spaß, den Tag einfach zu genießen und ihn nicht durch dummen Aberglauben ruinieren zu lassen. Lektion 32, das müdlichste Einkaufen Hey Anna, ich wollte schon lange ein paar neue Klamotten einkaufen gehen. Ich brauche ein paar Basics wie Jeans und T-Shirts. Oh, das gleiche hier. Ich könnte ein paar neue Alltagsstücke gebrauchen. Nach was für Sachen suchst du? Nun, ich brauche ein paar dunkle Wash-Jeans, die gut passen. Und dann nur ein paar einfarbige T-Shirts, vielleicht ein paar verschiedene Farben. Oh, das klingt perfekt. Ich habe auch darüber nachgedacht, ein paar neue schlichte T-Shirts zu kaufen. Sie sind so vielseitig. Definitiv. Und mit Jeans kannst du sie je nach Anlass schick oder lässig anziehen. Genau. Es ist gut, diese zuverlässigen Kleidungsstücke zu haben. Macht das Anziehen so viel einfacher. Einverstanden. Hey, vielleicht könnten wir irgendwann diese Woche zusammen einkaufen gehen? Deckt auf diese Weise mehr Boden ab. Ja, machen wir es. Ich habe am Donnerstag Zeit, wenn das für dich funktioniert. Donnerstag ist perfekt. Wir können einen Tag draus machen, ins Einkaufszentrum gehen und etwas zu Mittag essen. Lektion 33 Katzen in der Scheune Hey Anna, habe ich dir von den streunenden Katzen erzählt, die in der Scheune meines Onkels leben? Nein, das glaube ich nicht. Das klingt nach einer interessanten Situation. Über wie viele Katzen sprechen wir? Oh, es muss mindestens ein Dutzend von ihnen geben. Mein Onkel hat versucht, sie einzufangen, aber sie vermehren sich ständig. Wow, das sind eine Menge Katzen. Ich kann mir vorstellen, dass es eine ziemliche Szene in der Scheune sein muss. Das hast du richtig verstanden. Jedes Mal, wenn ich in die Nähe der Scheune gehe, huschen sie raus. Es erstickt mich wirklich. Haha, ich wette. Katzen können ziemlich nervös sein, besonders wilde. Hast du darüber nachgedacht, sie reparieren zu lassen? Das ist eine gute Idee. Mein Onkel hat versucht, sie zusammen zu treiben, um sie zum Tierarzt zu bringen, aber es war eine Herausforderung. Das kann ich mir vorstellen. Diese Scheunenkatzen sind wahrscheinlich ziemlich versiert. Vielleicht könntest du ein paar humane Fallen aufstellen. HMM, das ist ein Gedanke. Wir müssten wirklich aufpassen, dass wir sie nicht komplett abschrecken. Lektion 34. Bereit für den Winter Uff, ich habe dieses kalte Wetter so satt. Ich muss bald einen guten Wintermantel finden. Ich weiß, oder? Die Temperaturen sind in letzter Zeit wirklich gesunken. Zeit, deine Sachen zu packen. Ganz gewiss. Mein alter Mantel reicht einfach nicht mehr. Ich brauche etwas Wärmeres und Haltbareres. Das gleiche hier. Ich habe mir einige der neuen Wintermantelstile angesehen. Es gibt viele großartige Optionen da draußen. Ja? Nach welcher Art von Funktionen suchst du? Ich möchte etwas, das es mir wirklich gemütlich macht. Nun, ich möchte einen Mantel, der Wasser- und Winddicht ist und eine schöne dicke Isolierung hat. Ich muss trocken und warm bleiben, weißt du? Definitiv. Und Taschen sind ein Muss. Irgendwo, um meine Hände warm zu halten, wenn es draußen eiskalt ist. Oh ja, gutes Argument. Viele funktionale Taschen sind der Schlüssel. Und eine Kapuze ist auch wichtig. Absolut. Ich hasse es, einen kalten Kopf und kalte Ohren zu haben. Eine gute Kapuze macht den Unterschied. Also Anna, ich habe gehört, dass in der Nähe des Parks gerade ein neuer Wanderweg eröffnet wurde. Willst du es dir ansehen? Oh, das klingt abenteuerlich. Ich bin auf jeden Fall bereit, einen neuen Trail zu erkunden. Toll, ich dachte, es könnte Spaß machen, an diesem Wochenende nach draußen zu gehen und etwas Aktives zu unternehmen. Unbedingt. Ich bin immer bereit für ein Abenteuer. Wir müssen nur sicherstellen, dass wir vorbereitet sind. Ganz gewiss. Wir sollten ein paar Snacks und viel Wasser einpacken, vielleicht sogar ein kleines Erste-Hilfe-Set mitbringen. Gute Entscheidung. Und richtige Wanderschuhe sind ein Muss. Ich muss die richtige Ausrüstung haben. Definitiv. Ich will keine Blasen- oder Knöchelverdrehungen da draußen haben. Exakt. Das wird aber lustig. Ich liebe es, neue malerische Routen zu entdecken. Ich auch. Ich wette, die Aussicht von diesem Trail wird fantastisch sein. He Anna, hast du von dem neuen Gemeindezentrum gehört, das gerade in der Innenstadt eröffnet wurde? Nein, habe ich nicht. Wie ist es? Es ist riesig. Sie haben alle möglichen Einrichtungen, ein Fitnessstudio, ein Kunststudio, sogar ein Theater. Wow, das klingt unglaublich. Welche Aktivitäten bieten Sie an? Alles Mögliche. Fitnesskurse, Kunstworkshops, Filmvorführungen, was auch immer. Eine Gebetsgruppe? Es ist toll, dass Sie auch auf die spirituellen Bedürfnisse der Gemeinschaft eingehen. Exakt. Sie scheinen wirklich für jeden etwas zu haben. Ich denke darüber nach, mich für einen der Kochkurse anzumelden. Kochkurse klingen lustig. Ich könnte mich dir anschließen. Wann bieten Sie die an? Ich glaube, Sie haben sie ein paar Mal pro Woche, sowohl tagsüber als auch abends. Wir sollten uns den Zeitplan ansehen. Lektion 37, einen Raum dekorieren. Hey Anna, ich habe gehört, dass du dein Zimmer renovierst. Das ist aufregend. Ist es. Es macht mir so viel Spaß, alles zu planen. Hast du irgendwelche Ideen? HMM. Nun, ich weiß, dass du Blumen liebst. Vielleicht würden einige Blumenkunstwerke oder sogar echte Pflanzen wunderschön aussehen. Oh ja, das ist eine tolle Idee. Und einige Luftballons könnten eine wirklich lustige, festliche Note verleihen. Luftballons? Für ein Schlafzimmer? Interessante Wahl. Nun, warum nicht? Sie würden etwas Laune und Farbe reinbringen. Außerdem sind sie preiswert, können aber eine große Wirkung haben. In Ordnung. Ich sehe deine Vision. Blumen, Pflanzen und Luftballons. Klingt, als würde es ein heller, fröhlicher Raum werden. Genau. Ich möchte, dass es sich warm und einladend anfühlt. Vielleicht können wir dieses Wochenende ein paar Dekorationsgegenstände einkaufen gehen? Klingt nach einem Plan. Ich gebe gerne meine Meinung zu allem ab, was Sie in Betracht ziehen. Lektion 38. Neues italienisches Restaurant ausprobieren Hey Anna, hast du von dem neuen italienischen Laden in der Innenstadt gehört? Willst du es dir ansehen? Oh, ein neues italienisches Restaurant? Das klingt köstlich. Welche Art von Küche servieren Sie? Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe gehört, dass es ein wirklich authentischer Ort ist. Wahrscheinlich eine Mischung aus klassischen italienischen Gerichten. MMM, das ist genau mein Ding. Ich liebe gute Pasta oder Pizza. Was denkst du sollten wir bestellen? HMM, vielleicht könnten wir mit ein paar Vorspeisen beginnen, wie Calamari oder Bruschetta. Und dann tauchen Sie ein in die Hauptgerichte. Gute Idee. Und den Nachtisch können wir nicht vergessen. Ich sehne mich nach etwas Süßem und Genussvollem. Definitiv. Ich wette, Sie haben tolles Tiramisu oder Cannolis. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Ich auch. Machen wir eine Reservierung und schauen es uns an. Ich freue mich darauf, etwas Neues auszuprobieren. Klingt gut für mich. Das wird ein köstliches Abendessen. Lektion 39. Untauglich für den Militärdienst Guten Morgen, Anna. Wusstest du, dass während des Zweiten Weltkriegs viele junge Männer für wehruntauglich erklärt wurden? Oh, wirklich? Das wusste ich nicht. Was waren die Gründe? Offenbar hatten viele von Ihnen Sehschwäche, Plattfüße oder andere körperliche Probleme, die Sie disqualifizierten. Wow, das ist interessant. Ich frage mich, wie Sie es geschafft haben, ohne dass diese Männer gedient haben. Nun, die Frauen mussten einen Großteil der Arbeit übernehmen. Sie arbeiteten in Fabriken, fuhren Lastwagen und besetzten alle möglichen Rollen. Ich verstehe. Es muss eine echte Herausforderung für das Land gewesen sein, all die vermissten Soldaten wiedergut zu machen. Definitiv. Aber die Frauen haben bewiesen, dass sie damit umgehen können. Sie waren entscheidend für die Kriegsanstrengungen. Das ist unglaublich. Mir war nie bewusst, wie viel die Frauen in dieser Zeit beigetragen haben. Es ist ein wichtiger Teil der Geschichte, der oft übersehen wird. Diese Frauen waren wahre Helden. Lektion 40 Wochenendmarktbesuch Hey Anna, ich habe dich vorhin auf dem Bauernmarkt am Wochenende gesehen. Hast du gute Produkte gefunden? Hab ich. Ich habe mich mit allerlei Frischung Obst und Gemüse eingedeckt. Lass mich dir zeigen, was ich habe. Toll, das würde ich gerne sehen. Was für Dinge hast du mitgenommen? Nun, ich habe Hühnchen und Tothaaren von den Gefügelhändlern gekauft. Und ich habe auch eine Vielzahl von Fischen. Schön, Meeresfrechte sind immer eine gute Option. Ist Ihnen sonst noch etwas aufgefallen? Auf jeden Fall habe ich ein paar schöne, reife Tomaten und knackigen Salat gefunden. Oh, und ich konnte diesen duftenden Pfirsichen nicht widerstehen. MMM, Pfirsiche klingen köstlich. Perfekt für den Sommer. Ist sonst noch was in deiner Ladung? Ich schnappte mir auch ein paar Bündel Blattgemüse und etwas Zucchini. Viele gesunde, saisonale Produkte. Klingt nach einer tollen Bauernmarktreise. Du wirst diese Woche gut essen. Wer überf richtet denn ihr Delft! Lass sich nicht mit superbem fahren. Oh, und ich mache einen schönenços�� Dir mit количеством St anch 엮 Defense Keyon rein. So wie sich ein Scheis entreggeist cousin, er ist oft ein paar darle decomp Efendi. Ich bedfte selber über das in der 32 Bündel. Vielen Dank.